In der Diskussion um die aktuelle Arzneimittelknappheit hat der Verband der pharmazeutischen Industrie am Montag die Anpassung der Medikamentenpreise in Österreich an die Inflation gefordert. Zudem brauche es die Rückholung der Produktion nach Europa, hieß es bei einer Pressekonferenz in Wien. In der akuten Lage werde aber nur ein Ende der Erkältungswelle Entspannung bringen. 612 Arzneiprodukte waren Montag früh eingeschränkt verfügbar, 340 davon nicht lieferbar. Die jetzige Situation ist darauf zurückzuführen, dass wir extrem hohe Nachfrage haben nach Erkältungs- und Schmerzmitteln, berichtete Farming-Generalsekretär Alexander Herzog. Die Krankheitswelle habe die Erwartungen der Expertinnen und Experten übertroffen. Bei einem Abklingen werde sich die Entspannung bei manchen Produkten wahrscheinlich schneller einstellen als bei anderen. Die Produktionsanlagen würden jedenfalls auf Hochtouren laufen, betonte Farming-Vizepräsident Bernhard Wittmann. Schmerzmittel und Antibiotika kosten teilweise weniger als eine Wurstsemmel, sagte Herzog, das aber die Produktion in den asiatischen Raum verlagert. Das halten wir für nicht gut, so der Farming-Generalsekretär, der mehr einen Lieferengpass als einen Versorgungsengpass sah. Wir tun gut daran, lokale Versorgungen aufzubauen, erläutete auch Wittmann. Es sei aber nicht realistisch, bei Arzneimitteln alles nach Europa zurückzuholen, meinte der Geschäftsführer der Sigma Farm Arzneimittel GmbH. Was wir brauchen ist, dass wir unsere Preise an die Inflationsrate anpassen können, forderte Herzog. Der Pharmaindustrie sei es in Österreich nicht gestattet, selbst die Preise anzuheben, sondern jedes Unternehmen müsse dann einen Antrag bei der Sozialversicherung stellen. Das sei ein mühsamer Prozess, der in der Regel negativ entschieden werde, erläutete Herzog. Es brauche einen automatisierten Prozess. Die heimischen Pharmaunternehmen hätten in den vergangenen 10 bis 20 Jahren unglaublich viel investiert, etwa in Qualitätssicherung und Fälschungssicherheit, sagte Wittmann. Das habe sich nicht auf der Preisseite niedergeschlagen. Preise, die 10, 20 Jahre gleich bleiben, das funktioniert nicht, betonte er. Herzog warnte davor, dass man im österreichischen Erstattungssystem auf den Preis pro Packung schiele, statt den gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu betrachten.